Wollt ihr das Konzert noch machen, oder nicht? Ja! Hey, aber hallo, mit Charlebois ist doch klar. Ist das wahr? Er macht die Show mit uns? Aber ja! Dann hat er nicht mal geübt. Eins, zwei, drei, vier... Bye, Martin! Tag, Gabriel! Salut! Bye! Bye! Ich möchte euch meine Töchter vorstellen. Das ist Sophie und das Gabriel. Guten Tag, sehr affreit. Das ist doch ihr Mann, der in Indien lehrt, oder? Und mein Liebster ist am anderen Ende der Welt. Flieg doch einfach zu ihm hin. Es ist kompliziert. Kompliziert ist es nicht. Du hast ein Flugticket. Stell dir vor, Gabi ist verliebt. Sie hat einen Freund? Mit Küssen und so? Meinst du, sie haben sich angefasst? Gabriel? Hast du Martins Penis berührt? Oh nein, nein, nein. Seinen Penis habe ich nicht berührt. Keine Berührung. Okay. Sie will ihre Selbstständigkeit beweisen. Ich will auch in einer eigenen Wohnung leben, so wie du. Über mein Leben entscheiden, wie du. Einfach normal sein wie du. Eine eigene Wohnung, das ist nicht realistisch. Bei Laurent ist sie gut aufgehoben. Ja, das fordert dich nicht zu sehr. Wie bitte? Gabriel, Martins. Manu, sag's nicht meiner Mama, okay? Ich muss die Verantwortlichen unterrichten. Martins ist jederzeit im Wohnheim willkommen. Das geht mir etwas zu schnell. Dann war's vielleicht an der Zeit. Du vermengst da etwas. Du weißt, dass es für Menschen wie sie nicht dasselbe ist. Wenn ich singe, ist es für uns zu verstehen. Wenn ich singe, ist es für mich zu defendern. Ich würde mich sehr verstehen. Willst du mein Freund sein, Martins? Ja, ich auch. Bravo! Vielen Dank.